Und alles, alles gefährlich, alles gefährlich und haut mir das Schwert aus... Nein, 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 ich will hier jetzt nicht brennen. Hallo, Minecraft-Freunde, weiter geht's in Magic Farm 2. Jammer hat's leider wieder nicht geschafft. Ja, ihr wisst ja, hat viel mit der Schule momentan zu tun. Wir wollen heute in den Nether, wollen ein bisschen leveln. Ja, eigentlich hatten wir die Essenzbärenbüsche angeklemmt, aber wir hatten da ein Problem. Okay, die werden alle derzeit noch nachgezogen und teilweise auch umgecraftet direkt. Oh, wir sind jetzt bei den Goldbären. Die Zinnbären sind durch. Irgendwann kommen auch die Essenzbären durch. Ich will euch das mal zeigen, wo das Problem war. Nämlich da unten. Ich bin schuld. Ja, Duffy hat hier diese beiden falsch eingestellt gehabt. Dadurch wurde alles in die Truhe reingezogen, aber nichts weitergeleitet. So, nun war das alles voller Zinnbären, Eisenbären, was war das noch? Keine Ahnung. Ne, Kupferbären waren noch. Ja, genau, Kupferbären. Das war auf jeden Fall alles voll und die Essenzbären konnten da nicht mehr durchgeschickt werden. Und jetzt wird das alles erstmal nach und nach ins ME-System. Das dauert also, bis die Essenzbären nachkommen. Mythos. Hier fehlt ein Glas. Ja, warum setzt du keins hin? Zu faul? Zu faul, ist klar. Äh, Brot. So, und ich habe mein Inventar schon mal ein bisschen aufgeräumt, weil wir wollen nämlich in den Nether zum leveln. Jo, und wenn möglich nicht dabei sterben. Wenn möglich nicht dabei sterben, richtig. Und ich werde, ähm, auf jeden Fall meine Jetpacks, die werde ich hier lassen. Die machen wir hier rein. Für alle Fälle. Geh doch da. Denn wenn ich da drin sterbe, um was wegzahlen soll, dann sind meine Jetpacks zumindest gesichert. Äh, die Spitzhacke lassen wir auch hier. Äh, haben wir noch irgendeine billige drin? Weil die haben wir schon recht gut gelevelt. MME-System. Äh, das sollte ich vielleicht auch hier lassen. Was denn? Ähm, die Breithacke, dass die nicht weg ist, weil die haben wir aus Manylum gemacht. Nein, die brauchen wir im Nether eh nicht. Ähm, Pick, ach man. So, okay. Spitz. Ja, und wir haben die Amethyst-Rüstung vollständig. Und damit wollen wir halt... Hilft mir die Saumium, Spitzhacke. Und uns eventuell noch Amethyst-Rüstungen machen zum Verzaubern später, weil wenn die ja erstmal beschädigt sind, das bringt es dann nicht, die noch weiter zu verzaubern. Naja. Ja, ich finde es irgendwie blöd, dass man die hier nicht reparieren kann. Jo, da kann man halt nix dran erinnern. Äh, was machst du denn da noch? Das ist meins... Das ist deins, okay. Ja, da hab ich reingeschmissen. Äh... Dann nehm ich mir die hier mit... Okay, Jama hat die auch irgendwie reingeschmissen, keine Ahnung. Ja, hier hat irgendwie so ziemlich jeder irgendwas reingeschmissen. Ähm, ja, aber hier, hier, hier schmeiß ich rein. Damit ich hinterher weiß, wo es ist. Dierspitzhacke könnte ich auch mitnehmen. Okay, den Schlüssel lass ich auch hier. Den Schlüssel lass ich auch mal hier. Ja, dann nehm ich mir jetzt einfach noch ne Dierspitzhacke mit, falls irgendwas ist. Wuchstück hab ich nix drin. Ja, ich hab auch ne Dierspitzhacke. Ne Verzauberte. Leckig. Behutsamkeit ist da drauf. Hörst du mich? Behutsamkeit sollte man... Ich höre dich, ja, ja. Ah, jetzt geht die Truhe auf. Auch nicht schlecht. Hat die jetzt irgendwie ewig gedauert. Jetzt find ich die Dierspitzhacke nicht. Findet die Dierspitzhacke nicht mehr, Methos. Guck doch mal im ME-System. Habt ihr schon? Ja, gut. Ah, jedes Mal. Bei diesem blöden Luftkompressor. So, ich bin oben. Ich auch. So, dann, äh, du machst auf. Hallo. Äh, die sind nicht sauer? Nö. Ist ja kein Böser dabei, der uns angehäuft. So, erstmal dann direkt fliegen, wenn wir rauskommen. Oh. Okay. Okay. Schaut aber einigermaßen. Äh, ne, da ist ein, zwei Böse dabei. Ja. Und hier ist einer, der auch böse ist, äh, der... Der Gas? So nicht. Ja. Den haben wir schon erledigt. Willst du dann irgendwen von denen leveln? Ähm, wie leveln? Naja, halt von denen. Willst du die zum Level missbrauchen? Äh, ja. Ich will die hier zum Level missbrauchen. Richtig. Ich will die weghauen und dann leveln. In der Hoffnung. So. Gut. Jetzt tu mit deinen blöden Spinnweben hier. Okay. Und Angriff. Ähm, ja. Genau. Sowas habe ich befürchtet. Was denn? Wenn ich hier wieder Koffer sehe und alles, alles gefährlich, alles gefährlich und haut mir das Schwert aus... Nein, 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 nein. Ich will hier jetzt nicht brennen. Hilfe! Wieso umkreist ihr mich? Ich habe mich doch extra so eingebaut, dass ihr nicht zu mich hinkommt. Okay, ich muss erstmal hier weg, sofern das noch geht. Ja, schmeiß mich doch durch die Gegend. Ist in Ordnung. Meine Fresse. So. Blöde Viecher. Äh, irgendwie war ich ja gerade vergiftet. Das hat mir irgendwie nicht so gefallen. Ja, das ist nicht gut, ne? Die vergiften sehr schnell. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es viel Sinn macht, so zu leveln. Ich habe da so eine Idee. Äh, ich bin schon am überlegen, ob ich mich so halb einbaue. Damit die nicht mehr an mich rankommen. Äh, ich habe da so eine ganz andere Idee. Wir könnten eine Levelmaschine bauen. Jetzt stirb, Gast. Wir könnten eine Levelmaschine bauen. Was bist du überhaupt so schnell? Hört ihr mir überhaupt zu? Levelmaschine! Äh, ja. Was ist mit einer Levelmaschine? Wir könnten eine bauen. Wie? Und zwar, habe ich mir gedacht, wir machen so einen Spawner. Ja? Einen Spawner? Ähm, setzen... Setzen, ähm, da so ein, so ein Zombie da rein. Ja? Der dann kontinuierlich spawnt. Ja? Haben aber was drum gebaut, dass die uns nicht erwischen, wir aber die. Okay. Äh, sozusagen, dass wir auf deren Beine hauen. Ja, okay. Du verstehst meine Idee? Ja. Der hat dir die ganze Zeit zugehört, Mythos. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht so ist. Du willst eine Levelmaschine bauen, so wie wir die Kühe oben haben. Ja. Ja. Nur so, dass die uns nicht angreifen können. Richtig. Ja. zugehört. So, was hättest du davon machen? Können wir machen. Okay, dann machen wir das. Weil erstmal muss ich hier wieder zurückfinden. Okay, ich bin noch in der Nähe. Ich schaue gerade, dass ich die hier ein bisschen mit Pfeilen dezimier. Ich brauche hier noch ein bisschen Power auf meinem Bein. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich bin. Ich muss, glaube ich, irgendwo in diese Richtung da. Oder über mir. Jetzt brennt durch mich alles. Ja, ist tot. Aua. Ah, okay. Gut. Hier oben sind wir. Aber ich bin hier immer noch falsch. Die Richtung. Da muss doch irgendwas sein. Wieso brennt hier alles, Mythos? Ich weiß es nicht. Ich habe das nicht gemacht. Ich meine, ich habe zwar hier Feuerpfeile, aber ich bin wegen mir. So, warte mal. Der Gedanke zündet mich nur von 5 Kilometer Entfernung an. Warte mal. Jetzt muss ich doch mal gucken hier. Aber es ist noch ein bisschen ungewohnt, mit dem Luftziegel hier zu fliegen. Wegpunkte? Wo? Home ist rot. Aha. Rot, rot. Wo ist denn hier rot? Sind meine Feuerkugeln noch ein bisschen stärker als deine? Wo ist denn hier rot? Haha. Wenn es gar nicht ist, dann teleportiere dich zu mir. Warte mal, warte mal, warte mal. Wie du meinst. Wegpunkte, äh, beide, äh. Warte mal, Wegpunkte. Ich schieße ihn noch ein bisschen auf meinen Bogen. Äh, Leid ist das, den machen wir mal weg. Bogen, Bogen. Ich habe das so, so, so. Aber wieso schaffen wir es nicht, dass der hier mal ein bisschen zombiefreier wird? In der Richtung ist es. Äh, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Was ist in diese Richtung da? Wieso treffe ich den da nicht? Ist das so weit unten? Ähm. Yeah. Yeah. Diese Richtung. Ach, jetzt haut das Ding an. Jetzt kommen wir langsam richtig hier. So. Von Bogen. Da muss es irgendwo sein. Da muss es irgendwo sein. Da muss es irgendwo sein. Okay. Ich. Da, da, da. Ah, ich sehe dich. Ja. Also dein Name Tag. Also, ich würde sagen, äh, wir nehmen so ein Netz, äh, wiederverwendbares Safari-Netz. Da. Ja, ich habe einige davon mit Zombies. Äh, wir brauchen eigentlich nur eins. Oder zwei. Ja, ich habe ein paar davon. Also nicht dabei, aber daheim. Äh. Hast du auch mit, mit, äh, diesen, diesen ganz starken Zombies irgendwie? Ja, die habe ich eingesperrt, weil die mir zu blöd waren, die zu bekämpfen. Ach so, gut. Dann lass uns nach Hause und so ein Teil bauen. Okay. In den, Moment. In das Portal. Äh. Wie können, hat wissen wir von euch eine Idee, wie wir es schaffen können, dass da nichts spawnt? Das ist ja blöd. Wenn wir uns da irgendwas bauen wollen oder sowas, dann können wir ja nicht. Äh. Äh, wo geht's heim? Heim, 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 heim. Also ich bin schon auf dem Heimweg. Ja, ich seh dich. Gut. Dann, äh. Bin an dir vorbei. Ja. Äh, lalalalalala. Wir haben doch hier oben so eine Mobfarm. Ja. Äh, die ja sowieso nicht funktioniert. Funktionieren wir sie doch um. Okay. Warum packe ich da überall rum? Was mach ich denn? So. Ich werde doch mein Zeug holen. Okay. Und ich würde sagen, genau die nutzen wir. Ähm, ähm, ähm. Warte mal, wo war denn das hier? War das hier irgendwo? Rüstungsteile man hier immer bekommt. Äh. Dörf ich? Ja. Ich bin gerade verwirrt. Hier war doch irgendwo die Mobfarm. Moment. Lass mich mal. War das bei da oben? Das war doch hier, oder? Mobfarm war ungefähr hier. Aber haben wir da jetzt eh nicht mal einen Kellag eingebaut? Äh, wo bist du denn? Oben. Ganz oben? Ja, so ziemlich. Au. Okay. Also wir haben auf jeden Fall, das weiß ich noch, von diesem kleinen Dings hier, geht's nach oben. Und da ist jetzt zugebaut und da ist der ME-Wärmetauscher drinnen. Okay. Also unsere Dings, unsere Dings hier, wie heißt's? Egal, komm. Mobfarm ist zugebaut. Wir machen eine neue Ecke. Und zwar im Keller. Dann machen wir das. Setz ich hier mal wieder dicht. Dann machen wir, machen wir hier im Keller. In welchem Keller? Komm mal da runter, wo die Beeren sind. Ja, bin ich. Und zwar hatten wir hier auch mehrere Sachen so ausgehoben. Ja. Dann würde ich sagen, wir packen uns das hier so hin. Das da muss erst mal weg. Ja, aber ich habe natürlich meine Breithacke nicht dabei. Nee. Ist egal, wir bauen es ab. So. Mit Breithacke ist doch schneller. Ich hole mal mein Werkzeug wieder. Wir bauen uns jetzt eine Levelmaschine sozusagen. Eine, eine... Ne? Ihr wisst, was ich meine. Einen Autospawner. Genau. Also eine Levelmaschine, ne? Ja. Genau. Nicht das. So. Ähm. Das könnte man eigentlich da reintun. Wenn du das sagst. Das auch. Das auch. Das auch. Ich habe gerne ein bisschen mehr Platz. Okay. Machen wir auch da rein. So, warte mal. Hier. Das da brauche ich. Ähm. Das, das. Das wieder haben. Das, das. Das. Ähm, ähm, ähm. So. Ah, hilf. Ich habe mir die Fackel weggebaut. Achso, und falls ich mich wundern, warum wir lieber das genommen haben zum Fliegen als unsere Jetpacks. Aus einem ganz einfachen Grund. Mit der vollen Rüstung hatten wir doch ein bisschen mehr Schutz. Ja. Wir hatten nicht vor, im Nether schon wieder zu sterben. Wieso habe ich jetzt auf einmal zwei Schlüssel? Äh, mach mal einen wieder raus. Ich hatte vorhin auch irgendwie zwei einstecken. Ähm. Aber zwei ist besser als keiner. Ausziehen. Äh, äh. Resonantes Jetpack. Genau, das wollte ich anziehen. Mhm. Das Redstone Jetpack packen wir hier beiseite. Äh, das packen wir nach oben, das nach unten. Dann kriegen wir das hin. So, das können wir uns jetzt erstmal sparen. Das Netz muss weg. Das Netz muss weg. Das Netz muss weg. So. Dann haben wir das. Packen wir das alles mal ein bisschen beieinander hier. Gut, das, ähm, nehme ich mal auf, falls ich wieder in Nether sein will. Ich brauche den ganz normalen Autos. Dort wird es nützlicher sein. Weil ich möchte das gute Zeug nicht in Nether verlieren. Ja, ich würde auch schlechtes Zeug nicht in Nether verlieren wollen. Würde gar nicht. Ja, pack mich doch zurück hier. Ja, ich sehe schon. Ja, toll. Was für einen Ping habe ich hier? Ach, das ist schön, dass ich meine Verbindungsstärke nicht sehen kann. Warte, so groß brauchst du gar nicht machen. Brauchst du gar nicht machen. Wo bist du? Bei mir bist du nicht mehr in meinem Keller. Ich bin hinter dir. Stimmt doch gar nicht. Ich laufe jetzt mal zu deinem Bild. Ah, jetzt bin ich wieder da. Äh, okay. Jetzt geht's. Jetzt sehe ich den Gravel wieder fahren. Äh, Davi, 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 Davi. So groß brauchen wir gar nicht. Äh. Und zwar, äh, den Spawner. Hier muss das Ding rein. Nein. Nicht? Nein. Das Teil muss so, da drauf. Ja, aber halt. Da muss das Spawner drauf. Bei dem Block. Gib mir, gib mir bitte mal, gib mir bitte mal, ähm. Wollen wir gerade selber welche. Äh, was willst du? Ähm, warte. Sprich mit mir. Ich, ich, ich mach das jetzt. Ich mach das jetzt. Du brauchst nur den Spawner erstmal, äh, beschaffen. Okay. Denk auch daran, wir brauchen Energie dafür. Jaja, du, du schließt das auch an und so, ne? Und ich baue den Rest. So. Spawner. Automatischer Spawner. Weil ich hab da so ein Gedanke dazu. Die sind ja zwei Block, die, hoch die Mobs. Äh, ja. Ja. So. Dann brauch ich. Wie weit kann man, äh, normal, unter normalen Umständen hauen? Ähm. 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 Sind es drei Blöcke? Warte mal, da komme ich noch hin. Drei Blöcke komme ich noch hin. Schauen wir doch mal, ob wir vier Blöcke noch kommen. So. Wie müsste das maximal sein? Gut, das heißt, das machen wir vier mal vier. Vier mal vier. Wir hatten hier draußen irgendwo unsere Energiefarm. Kann ich mir davon was abzwacken? So, dann machen wir das Ganze so. Äh, wohin soll der? In, äh, warte mal. So, das sollte eigentlich mittig sein. Lalalalalalalala. Das ist jetzt ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Ähm. Warte. Warte, warte, warte. Wir machen das anders. Wie schon, wie. Wir machen das fünf Blöcke. Und ich habe auch schon eine Idee, wie wir verhindern, dass sie uns dabei irgendwie was können. Äh, dazu brauchen wir dann auch Half Slabs. So, ähm. Nein, hör doch auf da. Dann höre ich eben wieder auf. So, jetzt warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, okay, das passt jetzt. Hier müssen wir ein bisschen wegkommen, dass wir hier hinterher drum herum laufen können. Das ist wichtig. Genau. Ich muss jetzt hier mal schauen, wo die Energiegeil kommt. So, jetzt haust du in der Mitte das Teil hin. Genau. So. Dann, äh. Warte mal, dann muss ich halbe machen. Äh. Ja. Wo komme ich da oben raus? Gut. Äh, wieso willst du da nach oben? Ich muss hier irgendwie Energie beschaffen. Wir müssen aber dafür sorgen, dass die Monster da definitiv nicht hoch können. Ah ja. Das ist ganz wichtig. Also die, die Zombieschweine, ne? Äh, ja. So, jetzt brauche ich erstmal halbe. Machen wir uns erstmal halbe. Wo könnte ich hier aus dem Berg rauskommen? Ähm, das dann machen wir raus. Sehe ich hier irgendwo, wo die Energiefarm ist? Nein, natürlich nicht. So, gut, das sollte reichen. Dann, nehmen wir die raus. Das ist minus 227. Was wir noch ein paar haben hier. So. Minus 227. Da kommt ein bisschen schneller. Ja, hier muss man noch Doppel-W. Geht leider nicht mit SCRG, wie ich es normal so eingestellt habe. Mhm. Das ist so blöd. So. Äh, nein, das ist falsch, 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 falsch. Also, das muss ein zweiter machen. Innen. Ne, doch, war doch richtig. Bist du auf der richtigen Höhe? War doch richtig. Ähm. Warte mal, warte mal. Ne, weh. Muss. Doch. Und zwar, und zwar, und zwar will ich, dass wir... Finde ein Ziel von was klauen. Dass wir, dass wir dann unten auch auf einem Halben stehen. Bin, äh... Muss ich dann gleich gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ähm... Einmal Fackel. So. Gut, erstmal hier raus. Moment, wo bist du überhaupt? Bin ich hier. Bei der, äh... Maschine hier, die wir bauen wollen. So. Also ist die Maschine da, wo du gerade bist? Die Idee, ja. Die Idee ist, ähm, da, dass wir hier so rundum hauen können, aber, das soll dann hier, so ein Block Abstand, damit sie uns nicht erwischen, ne? Mhm. Damit sie uns nicht erwischen, obwohl, nee, machen wir hier mal so halbe. Genau. So soll das dann sein, dass wir so stehen. Dass wir hier reinhauen können, aber sie uns nicht hauen können. Das ist zumindest die Idee. Falsch. Äh, gegebenenfalls müssen wir das noch ein bisschen umbauen, ein bisschen nachbessern. Halt, das war zu weit. So, dann brauche ich... Obwohl, das können wir auch weggehen, und dann haue ich da Koppelzeln. Das sieht ja, äh, hinterher besser aus. Ach, ich habe Hunger ohne Ende. Fänden wir gerade es auf. Das heißt, da hauen wir da einen Koppel rein. Hallo. Ei, so, bitte daran denken, äh, runter, du musst weiter runter. Weiter runter? Ja, weil hier kommt nämlich unser, äh, Laufweg hin, sozusagen. Okay, natürlich muss da schon wieder eins von euch drin sein. Geht ja nicht anders. So, das muss halt ein bisschen noch weg. So, ähm, so. Gehe ich von hier aus runter. So, dann bin ich hier auf der richtigen Höhe, genau. Perfekt. So funktioniert das. Äh, der Weg, den du hier nach unten gemacht hast, den müssen wir ein bisschen versetzen. Welchen Weg? Die, äh, dieser Weg halt, ne? Dieser Weg wird kein leichter sein? Genau. Das müssen wir ein bisschen versetzen, weil sonst klappt das nicht, was ich hier plane. Du musst Weg versetzen, du willst. Ja, ja, bin ja, bin ja, bin ja, bin ja dabei, bin ja dabei. Erstmal muss ich mir Platz machen. So, und ich... Mach hier jetzt die Leitung erstmal nach oben. Zack. Nein, nicht da hin. Was, wo nicht hin? Ich meine die Leitung. Äh, okay. Ich dachte, du meinst mich jetzt. So. Das wird hier zugemacht. Ach, es sollte eigentlich nicht so viel Energie abzweigen, nein, das ist blöd. Abzweigen, dass das hier... Ja, ja, aber wir haben ja, wir haben ja, wir haben ja, wir haben ja eigentlich, haben wir doch reichlich Energie, jetzt habe ich die falschen gesetzt. Ja. So, gut. Das heißt, dieser Weg ist gesetzt. Ja. Ähm. Moment, wo ist denn eigentlich mein Gleiter? Dann. Ja. Hier will ich Koppel reinsetzen. Niu. Niu. So. Usch. Das war alles mal weg. Au. Jut, 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 jut. Da möchten wir jetzt... Okay. Gut, egal. Dann machen wir noch zwei Sachen. Bauen wir hier zu. Ich sage, ich brauche da ja nicht zurückkommen. Der kann sich einen Weg außenrum suchen. Ich bin schon längst wieder zugegeben im Haus. Ach gut, okay. Dann ist ja alles grün. So. So, dann. Ich würde auch nicht zu nah reinkommen. Brauche ich Fluiduct? Äh, da ist irgendwo Licht. Achso, ich muss da drüber auch noch zumachen. Da ist eine Trommel. Dass die da nicht irgendwo... Ne? Also was? Also ich möchte schon, dass die nicht da rumhüpfen, da weghauen oder abhauen, wie auch immer. Nü. Die sollen schon da bleiben, wo wir sie sozusagen spawnen. So, jetzt muss ich aber gucken, dass ich hier zwei Block Platz lasse. Und dann muss ich hier nicht mehr auffüllen. Dass ich hier... Genau. Perfekt. So muss das sein. Du wirst das schon machen, Mythos. Muss das sein. Das heißt, hier, das muss zu. Das muss weg. Genau. Nein, falsch. Muss doch da unten hin. Äh, Pop-Essenz und Fass füllen. Äh. Fass voll. Machen wir das innen schon mal zu. Sieht man nix. So, das heißt, warte mal, da drüber darf eigentlich... Nicht gestorben. Näh. Äh, Daffi, musst du da noch hoch, wo du nach oben gebuddelt hast? Äh, nö, eigentlich glaube ich nicht mehr. Super, das wäre nämlich äußerst ungünstig. Wieso? Weil ich da nämlich zumachen muss. Wozu? Du weißt aber schon, dass da dann das Fass drauf muss. Das Fass? Ja. Wieso das Fass? Das musst du irgendwie unten drunter machen. Ja, geht ja nicht. Unten drunter ist ja die Energieleitung. Weil sonst spawnen mir die Viecher da oben. Na, kann ja nicht, wenn da ein Fass ist. Und oben drüber nix mehr. Äh, und das Fass, äh, macht was? Mop-Essenz da rein. Ansonsten funktioniert das ganze Ding nicht. Achso, wir müssen das Fass aber auch irgendwie anklemmen. Können wir das nicht von unten irgendwie? Da ist ja Energie drin. Kannst du auch seitlich anklemmen. Äh, seitlich, das weiß ich nicht. Dann backen die da irgendwo durch. Das gefällt mir nicht. So, jetzt ist hier Mop-Essenz drinnen und das Ding ist bereit zum Funktionieren. Ähm. Also dann halt nur teilweise das Fass auswechseln. Okay, äh, das heißt, äh, brauchst du es nur noch einschalten oder was? Dann mach ich hier mal zu. Müssen wir dann gegebenenfalls wieder aufmachen. Dann müssen wir uns aber noch was besseres einfallen lassen. Ja, ich mach hier mal Licht. Ist so dunkel. Müssen wir uns noch was besseres einfallen lassen. Das, das steht auf jeden Fall fest. So. Kann man hier wieder gut sehen. Äh. Nein, noch nicht du. Äh. Komm. Fliegst du hier rum? Immer ein bisschen tiefer dran. Natürlich seid ihr da drin. Wieso auch nicht? Geht irgendwie nicht, hä? Na, was? Na gut, egal. So. No risk, no fun, ne? Äh, jetzt warte erst mal. Hier war noch irgendwo, jetzt ist der Weg verschwunden. Gans. Das ist natürlich blöd, das will ich natürlich nicht. Äh, weil wir hatten da bestimmt auch noch irgendwas wichtiges da unten. Der Weg, der war komplett unten, äh, für die Höhlen und sowas. Äh, ja, genau. Und deshalb mach ich den auch wieder frei. So. Dass wir da wieder rumkommen. Äh, nein, so war das nicht. Äh. So. So, und jetzt können wir eigentlich einen Block wieder rüber gehen. Mhm. Und, zack. Äh. Oh, schön, was will ich? Äh, in Koppel stecken die auch drin? Echt jetzt? Ja, wenn sie da rein gehen. Okay, gut, dann kann man hier wieder runter. Das werden wir natürlich auch noch ein bisschen schöner ausbauen. Nein, nein, wir doch nicht. Das bleibt nicht so, das bleibt nicht so. Wir doch nicht. Machen wir erstmal hier so zu, das hier so, ne? Mhm. Da ist dann der Weg da rein. Jo. So, dann hier. Machst du es so dunkel? Ja, wir können es ja auch wieder heller machen, aber erstmal. So. Oh, schön. Ähm. Was ist eigentlich mit dem Raum hier? Äh, unnötig eigentlich. Ah, okay. Äh, den hauen wir aber komplett zu, dass hier keine Monster drin spawnen oder was auch immer. Genau, hau den Kies da rein. Meine brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Oder eigentlich haben wir den noch nie überhaupt. Der Kies nervt. Der fällt sowieso immer nur in den Weg. So. Okay. Gut, das haben wir soweit zu. Das machen wir hinterher auch noch ein bisschen schöner. Ja. Gut, äh, ich würde sagen, wir testen das Ganze, aber ich mach mal hier noch was hin. Das heißt, nee, dass wir hier so ein bisschen noch Rückzugsmöglichkeiten haben. Mhm. Das, falls wir uns doch erwischen, dass wir jetzt hier so ein bisschen hinflüchten können. Jo. Ja? Jo. Ähm, ja. Ich hasse Kies. Ja, Kies kann man noch nicht mal mit der Reithacke abbauen, das ist total blöd. Ja, natürlich bist du da jetzt drin. So, gut. Okay, was essen? Ja. Äh, kann es sein, dass es gerade backt? Äh, leck, meine ich? Äh, jetzt geht's wieder. Gut. Bei mir waren gerade die Töne irgendwie weg, deswegen hab ich mich gewundert. Ich sag, äh, starten wir das Ganze. Wir sind auch bei 26 Minuten Methos. Äh, dann machen wir das in der nächsten Folge. Mhm. Dann machen wir das aus. Ich hab nie angemacht. Okay, gut. Machen wir in der nächsten Folge. Ja? Ich sag bis dahin. Und... Tschüss. Tschau. 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 Tschau.